Ich muss jetzt die Frequenzen durch eiern. Auf welcher Frequenz sendet ihr? Bitte lasst die Frequenz hier irgendwo sein. 99? 1, 2, 3, 4. 99,4. Danke. Wie sieht es aus? Nicht gut so weit, aber ich habe ein paar mehr Tricks auf meinem Schlauch. Was ist dein Prozess? Ich versuche einen Weg zu finden, um in die Trainstation zu kommen. Es ist stark gequert. 99,4. Es könnte ein bisschen dauern. 7, 8, 9. 8, 9. 98. 99. Ja. Ich habe sie. Sie sind hier auf Main Street, in Loko Lonnie's Used Mattress Kingdom. Sie sind hier jetzt. 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 Sie sind jetzt. Es ist ein BARDGAN! Affirmative, Sir. Alpha Squadron moving in, zu apprehend die Suspects in Loko Lonnie's on Main Street. Alpha Squadron, über und aus. Ich habe sie. Sie sind hier auf Main Street, auf Main Street. Wie ein Werbespot. Alles kaputt macht, würde ich jetzt sagen. So, was will ich denn hier eigentlich? Kisten? Oh! It's a delivery from Rosa's Flowers up in St. Armando. Tulips, 40mm Caliber. Okay, Waffen. It says, Fragile, Handle with Care, Roses. Two Megatons. Hmm. I sort of get the feeling, that roses into more than just flowers. Habe ich auch etwas langsames Gefühl. Just more dodgy crates from roses flowers. Just more dodgy crates. Okay, dann kann ich jetzt noch hier irgendwie... nach da links gehen, nach da links gehen. Und hier noch eine Kiste an gucken. Just more dodgy crates. Sonst habe ich hier nur... ...Stufen, Treppen, die nach Nürnenshilfe führen. Ich geh mal hier gucken. Ein Aufzug und... Oh. Ah. Wow, ich habe eine fantastische Sicht von Port Achu von hier. Ich kann mich die ganze Richtung bis Charnel Road sehen. Hey, warte mal. Ich denke, ich sehe die Flugzeug unten in der Junkyard. Ich werde es mal schauen. Okay. Junkyard. Was ist hier eigentlich? Hey, Keto, mein Mann! Ah. Hey, Buana! Good to see you again! What you been up to, Mann? Man, I been through a lot of wacky stuff. This city is full of crooks. Guess I fit right in with the prison suit, then. You find Lena? Yeah. Yeah. She's okay. We're gonna break into a safe and snatch the book back. Then we're busting out of Port Achu. Good plan, Mann! What are we going to do with you? How are you doing, Keto? I'm good, Mann. The show beats being seasick or stuck in jail. You know me, Mann. Always happy when I get to tinker with mechanics. That's good, yeah. Flugzeug in Ordnung. Is the plane okay? The plane is in excellent condition, Mann. Awesome! We just need to hoist it out of this junk pile somehow. Hey, maybe you should use that big crane up there or something. I'll go check it out, Mann. Okay, I must lose. Gotta go! Okay! Man, I can't see a thing. It's pitch dark in here. I gotta find a way to get some light up here. Okay, so was also noch Licht. Okay, so was also noch Licht. Ich wollte jetzt eigentlich noch was machen. Ich wollte hier vorne gucken. Erstmal. Hat er sich ja schon gefragt oder nicht? Okay, ich guck mal jetzt noch den Truck. Looks like some poor fellas got raided by the power company. Ist jetzt die Tür offen? Ich guck mal jetzt auf. Hey undie so? andi so. Hey buanna. I should later. Later, andi. See you around. Die Zeit stehen ja hier, oder? Okay. Aber sonst ist hier ein Truck nichts, ja? Okay. Was mache ich denn jetzt mit der Videokassette? Ja. Von dem habe ich das. Alte Dame ist immer noch hier, da komme ich noch nicht rein. Ich drücke denen das in die Hand. Der Kassierer bestimmt auch nicht, oder? Grüß Sie. Hi. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja. Okay. Okay. Good to see more of the ships coming in from the middle. Looks like poor Tachu is. Das geht noch mal, ja. Hey Morten. Hi. Hello there, Buana. Okay. 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 All right. Okay, Modellbauschiff. Ist ja... Eigentlich, wenn das schon da dran ist. Ich mach mal eine andere Platte an. Ich mach mal eine andere Platte an. Und zwar die zweite. mehr oder weniger das geht auf die lösung Okay. Was hast du da zu? Ich denke, er hat ein... Er ist ein... Ich bin... Okay, gut. Kann ich hier noch irgendwie pumkeln? Hey, Keto! Hey, Buana! How's it going, Mon? Wie geht's los? Okay! Mann, dat's na... Ich glaube, ich brauche irgendwie eine Lampe oder sowas. Aber die Felle... Die Kumpel um die Ecke, die... How's it going? Haben wir auch nichts mehr, okay? Bis später. Lina bist fertig mit Zeugs. Ich frage Lina noch mal was. Oh, hast du da... Oh, hast du da... Das ist ein... Nein, was für? Wir brauchen mehr Licht über die Kräne, so wir können die Pläne aus dem Junkpil. Das ist gut, Buana. Ich bin sicher, dass du das Pläne aus dem Jahr in kein Zeitpunkt hast. Oh, hast du da... Das Alarm? Nein, was für? Wir brauchen mehr Licht über die Kräne, so wir können die Pläne aus dem Junkpil. Es ist echt kürt da. Ich kann nicht sehen. Hey, anything. Aren't there any lamps nearby, you could aim toward it or something? Hm. Okay, catch ya later. Lampen, die ich da drauf zeigen kann. Ja, natürlich. Hey, Morten! Hey, hello there, Buana. Okay. Und stopp. Keep your paws off the doohickey lad. These mechanics are so complex, I can't even understand them myself. Hm, I gotta find a way to distract him. Ich muss ihn ablenken. Vor dem Fenster. Das heißt, ich brauche immer noch irgendwas, um das da runterzulegen. Und die Spule ist immer noch völlig verrostet. Man, this reel is all rusty. It's gonna be greased up, if it's ever gonna work again. Einfetten. I don't need to cut that. I don't wanna pick... Okay, irgendwie muss ich jetzt fett finden. So, jetzt hab ich meinen zweiten Joker benutzt. Und er hat mir gesagt, die große Regel Nummer eins ist, wenn du an einen neuen Ort kommst, guck dich um. Denn hier ist ein Müllhaufen. Und schon geht's weiter mit der Ölkanne. Da kann ich nämlich jetzt hier rüber gehen. Und... Ich spule. Öl, denn wir wissen ja auch was. Es geht sofort weg, wenn Öl kommt. Golly Gunwales! Es ist der alte Mistbreaker! Ja. Und schon ist es der alte Mistbreaker. Die ist drei Zentimeter von deinem Kopf weg. Okay, gucken wir mal, ob das klappt. So, hier hätte ich's gern. Ja, lass ich durchgehen. Das war... So, komm auf in den Kragen. Hoch. Es hält genug da oben. Und wir holen das Flugzeug da raus. Und stellen es irgendwo hin. Ja, da war es perfekt. Die Idee, ja? Die Idee, ja? Also wird's knapp werden. Okay, gucken wir mal, wie bei Lina ist. Wir beeilen uns ein bisschen dabei. Tür ist offen. Perfekt. Also, hinein in die gute Stube und... Das ist gut. Das ist gut. Dann. Good luck. Oh. Bis gleich. Oh. Und Buana. Be careful. Those guards mean business. Da geh ich mal von aus, dass sie... Das ist einfach mein. Oh. Gut, dass du mir sagst, was los ist. Ja. Schöne Tafel. Und das reimt sich sogar. Hier. Oh oh. Looks like we need another key code. Ja. Gut, dass die Tasten so abgenutzt sind. Oh oh. Oh. Don't mind me. I'm the uh... The plumber. Yeah. Woah. I guess he didn't hear me come in. Good thing he's got that headset on. Ja. Man, that guy's really ready to trigger the alarm. He's got his eyes firmly fixed on that hallway monitor. Okay. Those monitors are definitely showing the hallway. As long as that camera out there isn't disabled. I won't be able to get to the window. Na, gucken wir uns mal die Notiz an. General notice to all security personnel. As per orders of the Armando Power Company. Security now to focus on safeguarding the VIP room unsafe. Stay focused or get fired. Sincerely, the management. Net. Looks like some kind of video storage thing. I think it's for recording and playing back old footage from the security cameras. Huh? Hmm. Maybe if we record some footage from the hallway and then play it back again, I won't show up on the screen. I've seen them do it in the movies. It can't be that difficult. Hmm. Here, hallway camera. It seems pretty simple. First record. And then press play. Eh. Hey, I guess that did the trick. He seems to have his eyes glued to the movie. Okay. Okay. Then, look at the movie and I'll just go to the table. Here. Uh oh. I hear voices in there. I hope they're not coming out here. Someone is standing guard right next to the door. Yeah, we wanted you at the window. Oh man. I can't get the window open. I know nothing. Ahh. These windows must be made out of shutter proof glass. Oh, I, em. That won't help me open a window. Man, these people really dig elephants. Man, that's not gonna I don't think that that won't help me up